ja so guten morgen heute ist ein legendärer tag heute ist nicht der letzte tag wir sind soeben mal aufgebrochen um sechs uhr schon heute ganz früh weil ja die anderen wollten früher loslaufen damit sie noch einigermaßen rechtzeitig ankommen 38,5 kilometer heute 1200 tonmeter ist als wieder ein relativ anstrengender tag nicht ganz anstrengend wie gestern aber trotzdem schon ordentlich ja mal schauen was uns heute erwartet er hoffentlich nicht so eine große hitze werden leider ein ganzes stück auf einer straße wieder laufen ist halt jetzt so kann man jetzt auch nichts mehr daran ändern ist der letzte tag schaffen auch noch und hier geht auch sehr schön auf jeden fall sehr 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 schön gut ich melde mich dann später wieder für heute wurde mir übrigens schon mehrfach geraten sehr viel wasser mitzunehmen deshalb habe ich heute auch ein bisschen mehr dabei weil es angeblich keine wasserstationen gibt wenn natürlich sehen im laufe des tages aber besser vorsicht als nachsicht haben wir heute mal ein bisschen mehr dabei dann geht es auf jeden fall klar da vorne sind wieder ein paar hunde ich hasse ja hunde seitdem ich hier laufe ich hoffe ich komme gut an denen jetzt vorbei bisschen anschreien vielleicht und dann sind sie hoffentlich weg so die hunde bin ich vorhin erfolgreich los geworden habe einfach einmal geschrien und dann waren sie weg und jetzt bin ich hier an so einem turm ich weiß nicht was das ist fernsehturm radioturm irgendwas halt genau und es geht jetzt irgendwo da weiter kurze pause hier auf dieser straße hier hier fährt eh kein auto lang die ist sehr verlassen die führt nämlich nur zu diesem turm hoch genau und dann sehen wir uns gleich wieder schaut mal hier können wir jetzt das meer schon richtig gut sehen richtig richtig gut ich zumal noch näher und da sieht man hier eine stadt schon mal am meer sehr cool aber für uns geht es jetzt erst mal hier noch weiter durch den wald wir müssen da ganz hinter irgendwo noch 20 kilometer bis zum ziel so ihr hört schon im hintergrund das eine straße mal und die sehr frequentiert befahren ich muss da jetzt aber lang laufen ich weiß nicht was ich jetzt mache weil es schon ein bisschen gefährlich bei der scheinbar ich muss überlegen vielleicht nimmt mich irgendjemand mit weil so ist mir das fast ein bisschen zu krass befahren gerade habe ich noch eine pause gemacht 20 kilometer habe ich jetzt oder 21 genau naja schauen wir mal okay ich habe jetzt hier doch so einen kleinen faden er scheint neben der straße lang zu gehen mal schauen wie weit mich der jetzt bringt komplettes chaos gerade ich bin jetzt auf diesen weg gelaufen der ist dann immer halt beschissener geworden lauteste dornen hier überall oh mann es ist furchtbar und ich habe mir gedacht ja gehe ich mal runter näher an die straße ran weil der ist dann auch ein bisschen weg von der straße bin ich hoch zur straße und habe ich gemerkt oh scheiße die macht einen knick genau in die richtung wo der weg ging jetzt bin ich hier irgendwo im nichts und schlag mich da durch diese scheiß dornen ah meine füße auch schaut mal her diese ganzen dinger da dran es ist furchtbar ihr könnt euch ganz genau vorstellen wie sich das hier gerade anfühlt alles ganz schlanzig und lauter scheiß an den füßen dran naja ich schlag mich da jetzt weiter durch das ist nicht mehr so ultra weit naja es ist schon noch ein stück schauen wir mal ja schon noch ein kilometer oder so naja egal jetzt ist wenigstens aus dem dichten gestrüpp urwald ein ganz normaler wald geworden eigentlich geht das jetzt ganz gut dann laufe ich jetzt noch so weiter den kilometer oh mann ey ich bin so froh wieder auf diesem weg zu sein das war halt so ein krampf so ein scheiß hat ich glaube ich auf die ganze route nicht bisher ich bin erstes im flussbett runter da musste ich mich ewig da durch kämpfen dann wieder richtig krass hoch den berg wieder durchs dickicht durch dann habe ich irgendwann so einen feldweg erreicht von dem dann wieder durchs dickicht und dann bin ich auf den weg hier wieder gestoßen das war jetzt ein richtiger krampf aber jetzt bin ich wieder richtig zum glück nur noch zehn kilometer bis zum ziel schaut schon cool aus wir kommen immer näher wir kommen immer näher jetzt sieht man sich auf der kamera auch richtig gut schon noch neun kilometer bis zum ziel noch acht kilometer bis zum ziel noch sieben kilometer bis zum ziel noch sechs kilometer bis zum ziel noch fünf kilometer bis zum ziel noch vier kilometer bis zum ziel ja ich mache jetzt eine pause aber das ist eine ganz bestimmte pause weil das wird die letzte pause sein auf dieser gesamten reise ich bin jetzt vier kilometer vor dem ziel genieße jetzt noch mal die pause hier gleich komme ich nach emona rein und das ist ein kleines dorf vor dem cap emine und das ist ja bekanntlich mein ziel genau ich freue mich auf jeden fall und ich freue mich auch mal dann ins wasser zu springen gerade jetzt ist leider bewölkt das gibt es nicht die ganze zeit die ganzen tage war es super sonnenschein jetzt ist bewölkt aber naja kann man nichts machen ich habe auf jeden fall genug zeit denke ich bis die anderen kommen die laufen immer ein bisschen langsamer und dann warte ich auf die und gehe schon mal ins wasser wird auf jeden fall toll nur noch drei kilometer bis zum ziel nur noch zwei kilometer bis zum ziel nur noch zwei kilometer bis zum ziel darf ich vorstellen im mona das dorf vor dem kap und da hinten muss ich hin Leute ich glaube der blick über die kuppe hier könnte cool werden deshalb filme ich den jetzt mal oh ja ich glaube der ist cool ja das erste mal dass ich so krass sehe hahaha das meer mega geil ich bin einfach bis hierher gelaufen da unten ist wahrscheinlich unser dorf wo wir hin müssen und da ganz vorne irgendwo da müsste unser kap emina liegen wie cool ist das denn wie krass mega nur noch ein einziger kilometer bis zum ziel das ist ladies and gentlemen nach 18 tagen über 500 kilometer 20.000 höhenmetern darf ich euch präsentieren kap emina ich habe es tatsächlich geschafft komm emina ist komplett durch ich freue mich gerade echt hier zu sein sehr schön so ich habe mir jetzt schon die ganze zeit ausgeruht ich habe auch da runter ans wasser zu kommen ist aber leider nicht möglich das zu gefährlich muss ich leider noch abwarten aber ich bin mir sicher morgen und übermorgen da werde ich noch ganz viel ins meer gehen können da gehe ich nämlich nach also heute gehe ich nach Burgas und morgen und übermorgen bin ich dann noch in Varna und da werde ich dann garantiert noch mal ins meer gehen können da freue ich mich schon sehr drauf ja und jetzt warte ich noch auf die anderen ich denke das kann noch ein bisschen dauern schauen wir mal während ich mich hier ausruhe ich habe mir so einen schönen platz im schatten eines baums gesucht möchte ich mich ganz herzlich bedanken dass ihr ja dieses video angeschaut habt meine ganze reise verfolgt habt ich hoffe es hat euch gefallen so wie mir also ich fand die reise wirklich also als fazit sehr interessant sehr schönes land auf jeden fall die berge vor allem im mittleren gegen ende wurde es natürlich ein bisschen langweiliger im wald aber es gehört natürlich auch dazu zu einer tour ja sehr nette leute die ich bisher so kennengelernt habe meistens können sie zwar kein englisch aber ich weiß dass sie sehr nett sind weil ich mit den anderen also über die anderen ja kommunizieren konnte genau damit möchte ich mich verabschieden ich lasse vielleicht noch ein paar impressionen von morgen am strand da und auch vom rückflug aber ansonsten ja vielen dank nochmal fürs anziehen ciao mir gehts mir gehts Check ich nicht. Ah, die hier auch noch, oder was? Aha. Krass. Sehr cool.